90. Robertson war ganz wild drauf. Robertson ist gar nicht qualifiziert genug, um die Daten auszuwerten, die er sammelt. Ich halte das für ganz normale Abweichung. Ich glaube, du hackst das viel zu voreilig ab. Ich glaube, ich habe letzten Monat im Schnitt 18 Stunden am Tag gearbeitet. Ich werde mir jetzt gewiss keine neuen Resultate herbeifantasieren. Ja, ja. Du ignorierst einfach die Hälfte der Ergebnisse. Wir haben eine Deadline. Nenn dich damit ab. Hey, ihr wolltet schon vor zwei Stunden fertig sein. Was? Sagen Sie bloß, wir arbeiten Ihnen nicht schnell genug. Wollen Sie mir vorschreiben, wie ich meinen Job zu machen habe? Wissen Sie was? Ich werde Mr. Gelliot sagen, dass Sie unsere Arbeit stören. Wie gefällt Ihnen das? Haben Sie gehört? Hab ich. Dem Herrn ist wohl nicht klar, dass wir auch für Gelliot arbeiten. Sie können nicht. Sie haben gerade... Oh, doch. Ich kann. An die Arbeit. Sonst bist du dran. Nein, die nicht. Die brauche ich am Standort Bravo. Behalten Sie die anderen so lange wie nötig. Danach finale Phase einleiten. Und der Rest des Gebäudes? Alle Spuren für nicht. Was? Ja, aber... Das ist inakzeptabel. Hey, seht zu, dass die Streberin weiter arbeitet. Ich muss eine Reinigungsaktion überwachen. Was? Was? joy Das war's für heute. Wir gehen rein und schnappen in uns. Los! Los, los, los! Wirst für den Tod unserer Freunde bezahlen! Nicht schieben! Tun Sie es nicht! Beantworte meine Frage, dann sehen wir weiter. Woran arbeitest du? Wieso die ganzen Sicherheitsvorkehrungen? Wir erforschen Abwehrmaßnahmen gegen EMP-Angriffe. Hauptsächlich fürs Militär. Seit Robertson hier ist, geht es nur um ein Projekt. Robertson? Was treibt er so? Sie meinen, abgesehen davon, dass er Black Arrow das Labor überlässt, er sammelt die Daten aller Experimente und löscht sie danach aus dem System. So kann nur er überblicken, an was wir arbeiten. Und Lucius Carliott, was hat der mit der Sache zu tun? Ha, der Besitzer der Firma. Derjenige, der Black Arrow und Robertson damit beauftragt hat, für die Sicherheit zu sorgen. Ich glaube, es ist an der Zeit, Robertson, das mit der Datensicherung abzunehmen. Wie komme ich rein? Könnte sie in den Aufzug bringen. Gut. Mach das und verschwinde danach. Ich glaube, ich bleibe lieber hier. Ein paar meiner Freunde, sie brauchen vielleicht Hilfe. Vielleicht kann ich... Viel Glück. Vielen Dank. Bitte! Hilfe! Bitte! Das ist er! Das ist er! 19. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 21. Hey! Er muss da drüben sein! Der muss da drüben sein! Der muss da drüben sein! Umgebung genau im Auge behalten! Link! Fly it in. If you reach him, hang up and then guide your operation. geprägt Unabhängig www.saprobermar.com Oh Scheiße! Da! Das muss von da drüben gekommen sein! Du bist ein ähnlich verpasst, dumm Spaß-Täter! Mach mir was gut drauf an! Wollen doch mal sehen, das ist so klar! Oh Mann! Er muss da drüben sein! Du übertreibst es, Fischer! Lauf dich in diese Reisgitten der Grenade! 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 Solltest du nicht eigentlich Neuigkeiten in Bezug auf Sarah haben? Sie ist in der Warteschleife! Deshalb ruf ich an! Mach's kurz! Dad? Sarah! Bist du das? Geht's dir gut? Sie haben mir gesagt, du seist tot! Sie sagten mir, man hätte dich getötet! Das gleiche haben sie von dir behauptet, ich... ich... Sorry, mehr ist nicht drin, Sam! Grim! Später! Du hast jetzt zu tun! Wir haben hier ein Problem! Im Labor könnte ein feindlicher Agent sein! Bringen wir Colonel Prentiss seinen Kopf! Aber... Hey! Was ist das denn? Dann muss ich an euch gekommen sein! Das ist ein krach! Ja! Je länger ich suchen muss, desto wütender werde ich! Ja! Das muss mir das gedacht! Untertitelung des ZDF, 2020